Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch, wie der schwarze Remus 8.2 Edelstahl an der BMW R13 100 GES angebaut wird und am Ende hört ihr noch den Soundvergleich zum originalen BMW Schalldämpfer. Das ist der Lieferumfang und das benötigte Werkzeug zum Anbau. Zuerst wird der Halter nur leicht an den Auspuff gestraubt. Zuerst wird der Halter nur leicht an den Auspuff gestraubt. Dann wird die Blende entfernt. Zuerst wird der Halter. Zuerst wird der Halter. Die Halter. Zuerst wird der Halter. Beidee den Halter. Jetzt kann man die Schelle lösen. Danach wird die Schraube am Auspuffalter entfernt und dann kann der Originale schalten. Dann kann die Schalldämpfer auch schon nach hinten abgezogen werden. Um die Schelle abziehen zu können, muss sie in die richtige Position gedreht werden. Diese wird dann auf den neuen Auspuff gesteckt und mit ihm aufgeschoben. Danach kann der Auspuff auch schon wieder oben und unten festgeschraubt werden. Dann kann der Auspuff auspuffen. Erst jetzt ziehen wir die Schrauben des Holters fest. Dann kann die Blende wieder angebracht werden. Dann können wir die Schrauben des Holters feststellen. Und so sieht das Ganze dann aus und im Anschluss hört ihr zuerst den originalen BMW Auspuff und dann den Remus A.2. dann können wir die Schrauben des Holters feststellen. Dann können wir die Schrauben des Holters feststellen. Das war es auch schon wieder für heute, also Servus und bis zum nächsten Video.